zeig mir deine ware so hier kann ich natürlich nichts machen aber mit dem kurs kann ich machen muss ich jetzt hier nach holz gucken und wenn ja wo wie sähe das aus wo bin ich jetzt das sieht nicht aus hätte er hier holz aber dafür hat ja hier habe ich ihm verkauft was hat er denn da in seinem lederbeutel mal jetzt noch ein bisschen fehler drin im advanced loot advanced inventory das ist jetzt echt nicht gut springt darum weil ich zeit mir deine ware muss jetzt mal gucken wie das noch mal war alternativ also hier hat es noch fehler hier hat es leider noch fehler zeigt mir deine wahre ja da bringt er einfach mal so rum ja ja ja